Schon zu Beginn des Semesters haben wir uns klargemacht, wie menschliche Erkenntnis wohl funktioniert und haben verschiedene in der europäischen Philosophiegeschichte üblich gewordene Modelle dessen, wie menschliche Erkenntnis funktioniert, behandelt. Es konnte gesehen werden, dass man, wenn man schon nicht ganz modern sein will, zumindest im 18. Jahrhundert, im späten 18. Jahrhundert sich ansiedeln sollte, nämlich bei Immanuel Kant und seinem Kategorienmodell Erkenntnis, aus dem es nun ganz konkrete Folgerungen für jene Begriffsarbeit, Aussagenarbeit und Theoriearbeit abzuleiten gilt, die beim Forschen und Wissenschafttreiben eine Rolle spielen. Der Zweck von Wissenschaft ist, etwas in der Welt da draußen zu erkennen, in Politik, Gesellschaft und sonst wo. Der Wissenschaftler und jene, die etwas von der Welt da draußen erkennen wollen, die blicken auf diese Welt anhand von Denkfiguren, bestehen aus Begriffen, aus gleich wie sich selbstbewusst gemachten Theorien. Und je nachdem, mit welchen Begriffen, Aussagen und Theorien man auf die Welt blickt, schaut die Wirklichkeit etwas anders aus. Es ist unhintergehbar, dass jeder Blick auf die Welt geprägt ist von den Begriffen und von den Theorien, mit denen man auf die Welt blickt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, sich über seine forschungsleitende Theorie klar zu werden, die wir am Schluss der letzten Stunde behandelt haben. Die im einfachsten Fall aus dem Alltagsdenken besteht, mit dem man sich irgendeiner Sache nähert, und die im günstigsten Fall sorgfältig reflektiert, zu Bewusstsein gebracht und forschungsangemessen ausgestaltet wird. Also, indem man seine forschungsleitenden Begriffe und Theorie wählt, legt man schon fest, was man von der Wirklichkeit sehen kann oder eben nicht sehen wird. Informationen über die Wirklichkeit sind also immer durch Begriffe vorstrukturiert. Deswegen ist es sinnvoll, sich die Eigenarten von Begriffen, die man unweigerlich beim Forschen verwendet, vor Augen zu führen. Und außerdem die Fähigkeit zu erwerben, die Begriffe, mit denen man auf die Welt blickt, so zu wählen oder so zu schaffen, dass eine für den vorliegenden Forschungszweck, für die Beantwortung der vorgelegten Forschungsfrage bestmögliche Wahrnehmung des eben zu erkennenden Gegenstandes gelingen kann. Und genau dafür zu befähigen, ist die Begriffslehre da, mit der wir uns jetzt gleich beschäftigen werden. Aus Begriffen bestehen Aussagen. Und folglich werden wir uns im nächsten Schritt der Aussagenlehre zuwenden. Und auch der Frage zuwenden, wie man denn Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen kann. Und aus Aussagen wiederum bestehen Theorien. Und Theorien sind nichts anderes als jene Gefüge von Aussagen, die zu erarbeitern, mit reflektierter Perspektivität, Selektivität und Normativität, die also zu erarbeiten der Zweck von Wissenschaft ist. Und folglich erkennen Sie, dass der jetzt zu behandeln Stoff uns ganz unmittelbar hinein in die konkret beim Forschen zu leistende Denkarbeit führt. Beginnen wir mit der Antwort auf die Frage, was denn wohl ein Begriff wäre oder ein Konzept wäre. Wir fangen an mit jener Folie, von der ich zu Beginn des Semesters behauptet habe, alles Wesentliche über Wissenschaftstheorie befände sich auf ihr. Und Sie werden einmal mehr sehen, dass das wirklich so ist. Das ist die Welt da draußen oder zumindest der uns interessierende Teil. Und das rote Männchen, was jetzt nicht politisch gemeint ist, das rote Männchen, das sind jeweils wir. Wir blicken einer bestimmten Perspektive auf die Wirklichkeit. Wir als Beobachter, wir als Forscher. Wir blicken nicht auf die gesamte Wirklichkeit, sondern auf einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Nämlich jenen Ausschnitt, der sich uns dort, wo wir gerade stehen, bietet. Stünden wir hinter den grünen Bäumen, zeigt er sich uns ein anderer Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Und stünden wir auf den blauen Bergen, sähe die Wirklichkeit wieder anders aus für uns. Wir sind verantwortlich für den Platz in der Welt, von dem aus wir etwas zu erkennen versuchen. Wir blicken also auf einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit, nämlich auf den da. Nun hätten wir es gerne, dass wir uns mit anderen über diesen Ausschnitt aus der Wirklichkeit unterhalten könnten. Folglich brauchen wir Wege, den anderen mitzuteilen, worauf sie genau blicken sollen, wenn sie denn das Gleiche sehen möchten, wie wir gerade sehen und was wir zum Gegenstand unseres gemeinsamen Gespräches machen wollen. Ja, was machen wir? Wir beschreiben den anderen, worauf genau sie blicken sollen. Wir beschreiben anderen die inhaltlichen Merkmale jenes Ausschnittes aus der Wirklichkeit, auf den wir blicken, warum auch immer, und über den wir uns mit anderen austauschen möchten. Wir beschreiben also, was wir sehen und sagen, naja, guck doch mal auf diese verdichtete Gebäudestruktur inmitten der Siedlung da vorne. Verdichtete Gebäudestrukturen inmitten einer Siedlung. Das beschreibt den Wirklichkeitsausschnitt, über den wir uns mit anderen unterhalten wollen. Und auf Fachchinesisch nennen wir das, was hier angegeben wird, die Intention eines Begriffes. Wohlgemerkt mit S und nicht mit T. Intention mit T wäre eine Absicht. Intention mit S ist die Menge der inhaltlichen Merkmale eines Wirklichkeitsausschnittes, auf den sich mein Begriff bezieht, jener Begriff, der einem anderen mitteilt, worüber ich mit ihm konkret reden möchte. Weil aber verdichtete Gebäudestrukturen inmitten einer Siedlung ein elendig langer Ausdruck sind, versucht man, es kürzer zu sagen. Man legt also ein Wort fest, welches genau diese Inhalte dem anderen vor Augen führen, in Erinnerung rufen, abrufbar machen will. Und dieses Wort könnte lauten Ortskern. Ich gucke gerade auf einen Ortskern, bitte gucke du auch auf diesen Ortskern. Das Wort Ortskern ist das sogenannte Begriffswort. Es verdichtet, es fasst kurz zusammen, das, was man ausführlich auch beschreiben könnte, nämlich die Menge der inhaltlichen Merkmale eines Wirklichkeitsausschnittes, über den man sich mit anderen verständigen will. Und indem man ein solches Begriffswort festlegt und dem anderen kommunikabel macht, erlaubt man dem anderen die Auslösung eines Vorstellungsinhaltes, der auch auf ganz andere Teile der Wirklichkeit passen kann, wenn eben dort die gleichen inhaltlichen Merkmale vorliegen. Denn naturgemäß hat nicht nur diese Siedlung einen Ortskern, sondern auch jede andere Siedlung größerer Art hat einen Ortskern. Man macht also klar, auf welchen über einen Einzelfall hinausgehenden Wirklichkeitsbestandteil man den anderen aufmerksam machen und über diesen Teil der Wirklichkeit mit anderen reden will. So, was haben wir nun beieinander? Wir haben beieinander ein Begriffswort, wir haben beieinander die Intention eines Begriffes, also die inhaltliche Beschreibung dessen, worauf er sich in der Wirklichkeit bezieht. Und das, worauf sich ein Begriff in der Wirklichkeit bezieht, wo auch immer, das nennt sich die Extension des Begriffes, der Begriffsumfang. Und natürlich bezieht sich ein Begriff für Ortskern nicht nur auf die Siedlung, auf diesem Bild, sondern eben auf alle möglichen Siedlungen auf der Welt. Wir können also sagen, ein Begriff ist ein Vorstellungsinhalt, der ausgelöst wird durch ein zu diesem Zweck vereinbartes Wort. Wann immer folgendes Wort gesprochen oder gelesen oder geschrieben wird, denke bitte an folgendes. Die Vereinbarung eines Begriffswortes nennt sich Definition. Und natürlich ist das Begriffswort niemals mit dem Begriff identisch. Denn statt Ortskern auf Deutsch könnte ich auch die entsprechenden Worte auf Englisch, Spanisch, Chinesisch, Kisuaheli und den Dialekt, der auf den Fitscheinseln gesprochen wird, setzen. Das, was tatsächlich als Schriftbild dasteht oder als Lautbild erklingt, ist nicht identisch mit dem Vorstellungsinhalt. Also Begriffswort und Begriff sind zweierlei verschiedene Dinge. Fassen wir zusammen. Ein Begriff, also ein Vorstellungsinhalt, der durch das Benutzen eines Begriffswortes ausgelöst wird, besteht erstens aus seiner Intention, der Menge der inhaltlichen Merkmale, worauf sich dieser Vorstellungsinhalt und genau dieser Vorstellungsinhalt und kein anderer bezieht. Ein Begriff besteht aus der Extension. Das sind alle Ausschnitte aus der Wirklichkeit, auf die sich ein Begriff gemäß seiner Intention beziehen kann. Also alle Siedlungen auf der Welt, die einen Ortskern haben in diesem Beispiel. Drittens besteht ein Begriff aus einem Begriffswort, welches diesen Vorstellungsinhalt auslöst. Auf Fachhochdeutsch heißt dieses Begriffswort das Designanz, das Bezeichnende. Und ein Begriff besteht natürlich aus der begriffsprägenden Perspektive, denn dass unser Männeken genau da unten steht, wo das Männeken steht, ist er einfach die Entscheidung des Männchens da unten. Er könnte sich auch irgendwo sonst hinstellen und sähe dann von der Wirklichkeit etwas anderes und stünde er hinter den grünen Bäumen, sähe er ganz gewiss keinen Ortskern. Das Designat eines Begriffes wiederum, das ist der empirische Referent des Begriffes. Also das, worauf sich der Begriff in der Welt bezieht. Und vom empirischen Referenten haben wir schon mehrfach gesprochen. Wir brauchen noch ein Wort, das lautet Konzeptualisierung. Konzeptualisierung, Konzeptualisierung oder die Konzeptualisierungsphase eines empirischen Forschungsprozesses ist nichts anderes als jene Arbeitsphase, in der man sich jene Begriffe klar macht und sie anderen klar macht und sich und anderen bereitlegt, anhand welcher man über die Wirklichkeit anschließend zu kommunizieren gedenkt und durch welche hindurch man auf die Wirklichkeit blickt. Ja, und wenn das klar ist, dann können wir nun in die Details gehen. Schauen wir auf das Verhältnis von Intention und Extension. Die Intention eines Begriffes legt fest, in welche Perspektive man auf einen Wirklichkeitsausschnitt blicken soll. Und es kann sehr wohl sein, dass der Wirklichkeitsausschnitt zwar derselbe ist, die Perspektive aber ganz unterschiedlich ist, zu ganz unterschiedlichen Denkweisen und Anschlusspraxen führen kann. Das zeigt folgendes Beispiel. Alle Beispiele haben immer die gleiche Extension des Begriffes. Aber die Intention, die inhaltlichen Merkmale, auf die man achtet, sind sehr verschieden, weil der Blick auf die Wirklichkeit verschieden ist. Welche unterschiedlichen Dinge fallen Ihnen auf, wenn Sie den Gegenstandsbereich des Paragrafen 218 Strafgesetzbuch auffassen, als die Unterbrechung einer Schwangerschaft oder als die Tötung eines ungeborenen Menschen? Der empirische Referent ist identisch, aber das, was man sieht und was man dabei weiterdenkt, ist sehr verschieden. Oder welche unterschiedlichen Dinge fallen einem auf, wenn man unsere Gesellschaft auffasst als eine postindustrielle Gesellschaft oder als eine Wissensgesellschaft auf der einen Seite oder als Spätkapitalismus? Es ist immer die völlig gleiche Gesellschaft, aber sie nimmt sich in verschiedenen Perspektiven, anhand verschiedener Begriffe, unterschiedlich aus. Sie können die Reformen im Gesundheits- und sonstigen System auffassen als Abbau des Sozialstaates oder als Anpassung des Sozialstaates an veränderte Bedingungen. Es ist immer das Gleiche, worum es geht. Aber die Betrachtungsperspektive, die Anschlussgedanken, die Anschlusspraxen sind höchst unterschiedlich. Und man kann die sozialwissenschaftliche Fachsprache auffassen als einen akademischen Jargon, der zum Zweck seines Missbrauches in die Welt gesetzt worden ist oder aus einer Vielzahl von Begriffen, die eben neue Perspektiven auf die Wirklichkeit eröffnen als jene, die man in seinem althergebrachten, gesunden Menschenverstand hat. Sie können also bei jedem empirischen Referenten sozusagen die Perspektive A einnehmen oder die Scheinwerferbatterie A einknipsen oder von der Perspektive B mit der Scheinwerferbatterie B die Dinge ansehen. Tja, und wer ist dafür verantwortlich, welche Scheinwerfer sie anknipsen, welche Perspektive sie wählen? Ja, sie selbst. Sie selbst. Es gibt keine objektiv richtige Perspektive im Unterschied einer objektiv falschen Perspektive auf die Welt, wie denn klar wird, wenn sie das Bild mit den blauen Bergen, den grünen Hügeln und den roten Menschlein wirklich ernst nehmen. Aber wie macht man diese Entscheidung? So rein nach Gefühl und irrational? Mir gefällt das, dir gefällt jenes? Also nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip? Naja, vernünftig ist es, wie überhaupt im Leben, erst einmal einen Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven anzusehen, also unser Dorf aus der Perspektive von der Straße, dem grünen Hügel, dem blauen Bergen, dem Kirchendach, dem Hubschrauber aus anzusehen, um sich dann zu überlegen, welcher Blickwinkel für die Beantwortung genau der selbstverfolgten Forschungsfrage wohl der nützlichste ist, wo man am meisten sieht und am wenigsten übersieht. So etwas nennt sich dimensionale Analyse. Man erkundet die unterschiedlichen Dimensionen eines Gegenstandsbereiches und wählt dann die Begriffe so, dass man die vermutlich wichtigsten Perspektiven, die vermutlich wichtigsten Aspekte des zu erkundenden Gegenstandes gut sieht. In einem anderen Begriff aus der qualitativen Sozialforschung, mit dem sie noch ausführlich behelligt werden, nennt man das Ganze auch ein Triangulationsverfahren. Triangulation meint, aus verschiedenen Perspektiven nacheinander oder gar gleichzeitig auf einen Wirklichkeitsbereich zu blicken, mit verschiedenen Methoden, verschiedene Daten zu sammeln über den gleichen Gegenstand. Und die Begriffsbildung ist eben die Festlegung auf eine oder je nach der Komplexität des Begriffes auf mehrere Perspektiven. Und Achtung, ein Begriff kann ebenso wenig wahr oder falsch sein, wie ein Bewertungsmaßstab wahr oder falsch sein kann. Denn ein Begriff tut nichts anderes, als eine bestimmte Perspektive festlegen und andere Perspektiven für den konkreten Betrachtungszweck eben auszuschließen. Die ganzen Debatten darüber, ob ein Begriff wahr oder falsch ist, sind kindisch, lächerlich und völlig abwegig. Die einzige sinnvolle Diskussion kann die sein, ob ein bestimmter Begriff, eine bestimmte Fragestellung fruchtbar ist, ob er blickverengend, blickverstellend ist. Das kann man sinnvoll diskutieren. Ob er wahr oder falsch ist, ja, das kann man natürlich auch diskutieren, sollte man aber nur dann tun, wenn man Lebenszeit zu verschwenden hat. Die Intention eines Begriffes fixiert die Theorieperspektive, indem man auf die Wirklichkeit blickt. Und in der Regel arbeitet man nicht mit einem, sondern mit mehreren Begriffen, die hoffentlich zusammenpassen, so wie ich es Ihnen am Schluss der letzten Stunde gezeigt habe, als ich Ihnen vor Augen führte, wie man eine forschungsleitende Theorie in Gestalt eines Pfeildiagramms sich visualisieren kann. Mit abhängigen Variablen, unabhängigen Variablen, intervenierenden Variablen, Hintergrundvariablen und außerdem noch Gruppierungsvariablen. Das sind alles Begriffe, die eine bestimmte, in der Regel komplexe Perspektive einrasten. Die Extension eines Begriffes wiederum legt fest, an welchen Ausschnitt der Operationswirklichkeit man denken soll, wenn ein bestimmter Begriff benutzt wird. Und natürlich legt die Intention des Begriffes schon fest, worauf man in der Wirklichkeit blickt. Aber das kann unterschiedlich viel sein und deswegen müssen wir noch näher erkunden, was hinter Ausschnitt steht. Ich zeige es Ihnen am besten. Von der Weiten bis zur engen Extension. Politisches System ist ein weiterer Begriff als Staat. Das ist ein weiterer Begriff als Staat mit parlamentarischer Demokratie. Das ist ein weiterer Begriff als Staat mit demokratischem parlamentarischen Regierungssystem. Sie sehen, wie eigentlich immer vom gleichen empirischen Referenten die Rede ist, nämlich von politischen Systemen. Wie aber durch die Präzision der Intention des Begriffes sich die Menge dessen in der Wirklichkeit, worauf man anhand des Begriffs blickt, sehr, sehr verengt. Im allgemeinsten Fall sind es alle halbwegs stabilen Formen politischer Ordnung. Im verengteren Fall sind es schon politische Ordnungen mit einer stabilen Einheit von Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Im weiter eingeengten Fall besteht die Extension aus Staaten, in denen ein demokratisch zustande gekommenes Parlament besteht. Und im allerengsten Sinn dieses Beispiels nimmt die Extension die Form an, dass nur solche Staaten unter den Begriff fallen, die ein demokratisch zustande gekommenes Parlament haben, welches die Autorität besitzt, eine Regierung abzusetzen oder gar selbst ins Amt zu bringen. Sie sehen also, je präziser die Intention eines Begriffes festgelegt wird, umso enger wird seine Extension. Achtung, sie kann dennoch verdammt groß sein. Ein Begriff wie Wasserstoffatom hat eine sehr präzise Intention. Und sehr viele Dinge auf der Welt fallen nicht unter den Begriff Wasserstoffatom. Aber es gibt doch verdammt viele Wasserstoffatome auf der Welt. Sodass Intention eines Begriffes klarzumachen nicht heißt, den Gegenstand auf fast gar nichts einzuengern, obwohl auch das geschehen kann, wie wir im weiteren Fortgang gleich sehen werden. Die Extension eines Begriffes fixiert also den empirischen Referenten und fixiert folglich den Gegenstand, über den man sich Daten sammeln, Daten auswerten, und Wissenschaftsbetreibern verständigt. Um beides festzulegen, die Intention von Begriffen und ihre Extension ist unmittelbar folgenreich für jene Aussagen, die man eben durch Verknüpfung von Begriffen formulieren kann und ist folglich auch folgenreich für die Theorien, die ja ihrerseits nichts anderes als Verknüpfungen von Aussagen sind. Und noch einmal, Begriffe sind nicht wahrheitsfähig. Sie sind aber unterschiedlich nützlich, wobei die Nützlichkeit davon abhängt, welche Forschungsfrage man an welchem Gegenstand zu beantworten unternimmt. Die Nützlichkeit eines Begriffes ist keine Frage der politischen oder ideologischen Vorannahmen. So kann man es zwar machen, aber damit emanzipiert man sich ja nicht vom Alltagsdenkern und seiner kultivierten Normativität und Perspektivität und Selektivität, bringt sich also gerade nicht in den Vorteil dessen, was Wissenschaft leisten kann. Schauen wir Intention und Extension sowie deren Zusammenhänge noch näher an. Das Thema selbst ist durchaus komplex. Folglich werde ich mich jetzt auf Faustregeln beschränken, die nicht verkehrt sind, aber auch nicht bei jeder Anwendung vollständig richtig sind. Aber in die Details kann man in einer Anfängervorlesung ohnehin nicht gehen. Halten wir fest, je spezifischer ein Begriff gefasst wird, das heißt, je detaillierter man seine Intention angibt, umso mehr sagt dieser Begriff über einen ganz bestimmten empirischen Referenten. Im Grenzfall hat man einen ideografischen Begriff, einen Begriff, der eine ganz bestimmte Figuration beschreibt. Der Begriff nationalsozialistische Diktatur trifft eben genau die nationalsozialistische Diktatur Deutschlands und nicht die derzeitige nordkoreanische Diktatur. Und im Grenzfall kann ein Begriff auch ein Name werden. Der Name Adolf Hitler, selbst wenn er noch vorkommen könnte, schauen Sie mal im Telefonbuch nach, ob es noch ein paar Adolf Hitlers geben könnte, aber wann immer Sie von Adolf Hitler sprechen, wird ein ganz bestimmtes Individuum damit gemeint. Es ist dann der Begriff zusammengeschnurrt auf einen Namen und der Name bezeichnet dann immer ein einzelnes Element der Wirklichkeit da draußen. Je spezifischer ein Begriff ist, also je ideografischer er ist oder am Ende gar ein Name, umso schlechter passt der Begriff auf zusätzliche empirische Referenten. Das heißt, umso gering ist seine Extension. Wenn Sie also nur Aussagen vom Typ der Beschreibung generieren wollen, dann können Sie mit Begriffen arbeiten, mit sehr geringer Extension und sehr gehaltvoller Intention. Wenn Sie aber auf verallgemeinerungsfähige wenn-dann-Aussagen und verallgemeinerungsfähige Erklärungen ausgehen, als der von Ihnen erstrebten wissenschaftlichen Aussagenklasse, dann müssen Sie schon abstraktere Begriffe verwendet. Das heißt, solche mit einer breiteren Extension, was in der Regel dadurch erkauft wird, dass die Intention weniger spezifisch sein kann. Je allgemeiner aber ein Begriff gefasst wird, das heißt, je abstrakter ist, umso mehr empirische Referenten hat er, spricht er an, und das ist oft erwünscht, aber umso weniger erfasst so einen Begriff von jedem Einzelnen seiner empirischen Referenten. Er ist so abstrakt, dass er Spezifika einer bestimmten Wirklichkeitskonfiguration gar nicht mehr so recht erfassen kann. Und das heißt, wann immer man sich die Begriffe zum Forschen bereitlegt, gar wenn man vergleichende Forschung betreibt, wann immer man das zu tun unternimmt, befindet man sich in dem, was man nennen kann, ein multiples Optimierungsproblem ohne eindeutige Lösung. Was ist das richtige Verfahren? Ja, das ist eine Frage ohne klare Antwort. Im Einzelfall muss man sich überlegen, was ist das Bestmögliche? Also es gibt keine eindeutige Lösung. Schauen wir noch auf einige Beispiele. Ein sehr spezifischer Begriff ist parlamentarisches Regierungssystem. Wesentlich weniger spezifisch ist der Begriff parlamentarische Demokratie. Ein sehr spezifischer Begriff für parlamentarisches Regierungssystem passt sehr gut auf das Vereinigte Königreich und die Bundesrepublik Deutschland. Auf Frankreich passt dieser Begriff schon wesentlich schlechter und auf die USA schon überhaupt nicht, weil die nun einmal kein parlamentarisches Regierungssystem haben. Der Begriff politisches System, der passt auf alles das, sagt aber so furchtbar viel über ein konkretes politisches System nicht aus. Natürlich ist das Fränkische Reich des Frühmittelalters ein politisches System und das Reich von Genghis Khan war auch ein politisches System. Also wenn ich bloß die Merkmale politische Systeme beschreibe, ja, da kann Genghis Khan genauso wie irgendein Merovinger König darunter fallen. Das Modell, das schön beschreibt, worin das Problem besteht, das es anschaulich macht, ist das Modell der Abstraktionsleiter, das Giovanni Sartori in die vergleichende Politikforschung eingeführt hat. Es sieht wie folgt aus, wir haben unsere Forschungsfrage, die kann sehr abstrakt sein, und ich habe Ihnen am Schluss der Stunde, nee, in der Politikwissenschaftsvorlesung, habe ich in der Stunde über Systemvergleich jede Menge von sehr abstrakten Forschungsfragen vor Augen geführt. Da drunten sind unsere Untersuchungsfälle, die konkreten Gegenstände, über die wir uns durch geeignete Begriffsbildung verständigbar machen müssen. Das sind also unsere möglichen Untersuchungsfälle, Sie können auch tausend weitere hinzufügen. Und das ist die Abstraktionsleiter. Da unten haben wir den empirischen Referenten, der in Gänze dann abgebildet wird, wenn wir sehr abstrakte, recht unspezifische Begriffe verwendet werden. Etwa den Begriff politisches System, ja, was ist denn keines? Die Menge dessen, worauf sich unser Begriff bezieht, wird schon ziemlich enger, wenn wir Begriffe mit mittlerer Reichweite verwendet, aus denen man die sogenannten Theorien mittlerer Reichweite zu konstruieren unternimmt, über die wir noch Näheres uns ansehen werden. Und Begriffe ganz weit unten auf der Abstraktionsleiter, ja, die sind sehr spezifisch, sind sehr anschaulich, unter sie fallen aber nur wenige Fälle. Und je nachdem, ob Ihre Forschungsfrage verlangt, über viele Dinge zu sprechen, über alle Menschen auf der Welt oder über alle Deutschen, was immer das sein mag, brauchen Sie abstraktere Begriffe, also wenn Sie reden wollen, über alle Pegida-Demonstranten vom Dezember 2015. Weil einfach die Menge der Fälle, über die Sie reden, wesentlich geringer ist, im letztgenannten Fall. Auf dieser Leiter klettert man in verschiedene Richtungen. Im Forschungsprozess klettert man sehr häufig von Theorien, von denen man ausgeht, also von theoriehaltigen Begriffen zu Beobachtungsbegriffen. Und das ist genau der Prozess, den wir in wenigen Minuten uns ansehen werden, unter dem Begriff Operationalisierung von theoretischen Begriffen hin zu Beobachtungsbegriffen. Bevor wir das tun, müssen wir noch gucken auf einige Eigentümlichkeiten von bestimmten Begriffsklassen. Unterscheiden wir zunächst Alltagsbegriffe und insbesondere sozialwissenschaftliche Begriffe. In den Alltagsbegriffen, die jeder von Ihnen vom Frühstück bis zum Abendessen und davor und danach verwendet, ist die Perspektive des jeweils individuellen oder kollektiven Alltagsdenkens eingerastet. So schaut die Welt für einen aus, so beschreibt man sie. Und wer dann immer sagt, ja, ja, so sehe ich sie auch, von dem erlebt man, dass das ein vernünftiger Mensch ist. Weil Vernunft meistens danach bemessen wird, ob ein anderer genauso denkt wie man selbst. Anhand von Alltagsbegriffen versteht man seine Lebenswelt und verständigt sich über seine Lebenswelt. Und wenn ich verstehen will, wie ein anderer tickt, wie ein anderer die Welt wahrnimmt und in ihr agiert, wie als ein anderer sein soziales Handeln oder sein politisches Handeln vollzieht, dann tue ich gut daran, die Perspektive dessen zur Kenntnis zu nehmen, der da auf eine mir erklärungsbedürftig erscheinende Weise denkt und handelt. Es gibt ja Leute, die reagieren phobisch, wenn sie am Himmel so weiße Streifen sehen. Die sagen, nein, nein, das sind nicht die Kondensstreifen von Flugzeugen. Irgendwelche Leute vergiften uns damit. Man kann zunächst sagen, du bist ein totaler, vollbescheuerter Idiot. Schön. Aber als Sozialwissenschaftler ist es unser Job oft zu verstehen, warum denkt jemand so? Wie ist für den die Welt kognitiv organisiert? Dass es ihm als ganz normal erscheint, dass der Leute diese Streifen machen, um uns auf Erden zu vergiften. Und dann muss ich seine Sprache zur Kenntnis nehmen, seinen Begriffsapparat zur Kenntnis nehmen, in seine Perspektive eintauchen. So etwas nennt sich in der Soziologie phänomenologische Analyse. Alltagssoziologie besteht im Wesentlichen darin, in die Köpfe der Leute hineinzublicken, die man verstehen will. Und im Verstehen gründet jeder fruchtbare Erklärungsversuch. Das, was sie nicht verstanden haben, werden sie auch nicht erklären können. In der Regel wenigstens nicht. Aber die von den Alltagsbegriffen eingerastete Perspektive auf die Welt muss er nicht für jede Fragestellung und nicht für jede Problemstellung die nützlichste sein oder gar die allein nützliche sein. Wissenschaft besteht er eben darin, sich vom Alltagsdenkern und seinen Begriffen zu emanzipieren. Und tatsächlich ist es so, dass sozialwissenschaftliche Begriffe andere Betrachtungsperspektiven einrasten, als sie das Alltagsdenkern tut. Ich hoffe, dass sie am Schluss dieser Vorlesungsstunde zum Beispiel merken, dass, wenn sie gut aufgepasst haben und mitgegangen sind, dass sie über ihr Denken, über ihre Begriffsverwendung, über ihre Aussagen formulieren, etwas anders nachdenken als vor Beginn dieser Stunde. Wer am Schluss genauso nachdenkt, der hat seine Lebenszeit verschwendet. Und sollte er sich überlegen, wie ihm das wieder fahren konnte, vielleicht hat er oder sie die Schotten einfach dicht gemacht, was ja auch möglich ist. Aber dann profitiert man natürlich intellektuell auch relativ wenig. Die sozialwissenschaftliche Betrachtungsperspektive einzunehmen entlang sozialwissenschaftlicher Begriffe, das kann ziemlich mühsam sein. Man hat immerhin eine Fachsprache nicht nur zu erlernen, sondern auch die Denkweisen zur Kenntnis zu nehmen, die hinter bestimmten Begriffen stehen. Und dazu muss man überhaupt erst einmal begreifen, warum denn jemand auf die Idee kommt, über etwas, was einem so ganz normal und richtig erscheint, überhaupt in einer anderen Weise nachzudenken als man selbst. Und dann gibt es Leute, die machen dann einfach die Scheuklappen dicht und sagen, ja mein Gott, das ist ja alles Unsinn, damit befasse ich mich nicht. Mein Gott, haben die Leute Probleme. Na gut, es sind andere Probleme, als andere Leute eben haben und das ist ganz legitim. Bloß wer sie nicht ins medizinische Denken, ins ingenieurhafte Denken, ins chemische Denken, ins atomphysikalische Denken hineinfuchst, die wird eben auch nichts von alledem werden und wird bei der Zwischenprüfung in Physik oder Medizin oder Psychologie durchfallen. Ein Schicksal, auf das jeder gerne zugehen darf, aber eigentlich nicht muss. Diese Perspektive, die Sozialwissenschaftler einnehmen auf Wirklichkeit im Vergleich zu den Alltagsdenkweisen, die kommt den normalen, kompetent, Alltagssprachlich Denkenden meistens abstrakt und lebensweltfern und ganz sonderbar vor. Gleichwohl kann es so sein, dass die von sozialwissenschaftlichen Begriffen fixierte Perspektive auf Wirklichkeit für viele Fragestellungen, für viele Problemstellungen nützlich ist. Folglich konkurrieren unweigerlich Alltagsbegriffe und sozialwissenschaftliche Begriffe. Wann immer über Erziehung gesprochen wird, sieht man das auf das Tollste. Wann immer man religionssoziologische Debatten führt, sieht man das auf das Tollste, weil dann plötzlich sowohl Atheisten wie Gläubige sehr feste religionssoziologische Wissensbestände zu haben glauben, obwohl sie außer den eigenen Erfahrungen überhaupt keine anderen besitzen. Und insbesondere, wenn es um die Konkurrenz zwischen politischen und politikwissenschaftlichen Betrachtungsweisen geht, prallen auch zwei verschiedene Wirklichkeitssichten in der Regel hart aufeinander. Es können aber sozialwissenschaftliche Begriffe im öffentlichen Diskurs so selbstverständlich werden, dass sie ins Alltagsdenken absinken und im Alltagsdenken selbstverständlich werden. Ich meine, wer in Deutschland kennt heute nicht den Begriff des Fraktionszwanges oder der Frustration oder der Manipulation oder aller Begriffe, die früher mal esoterische sozialwissenschaftliche Begriffe waren und inzwischen exoterische Alltagsbegriffe geworden sind. Dass man die einen primäre Typifikationen nennt und die anderen sekundäre, das hat Alfred Schütz in die Welt gesetzt mit Fug und Recht. Wir müssen uns aber damit nicht näher befassen. Wir befassen uns lieber damit, was mit definieren gemeint ist. Also jener Übung, mit der viele Menschen unglaublich viel Lebenszeit völlig nutzlos verschwenden. Weil sich auf die Suche nach der wahren Definition des wahren Begriffes von irgendwas machen und genauso gut könnte man versuchen, den Stein des Weisen zu finden oder einen Kreis zu quadrieren. Definieren heißt, dass man bei Begriffen ihre Intention und ihre Extension für alle praktischen Verständigungen Zwecke ausreichend klar bestimmt. Für alle praktischen Zwecke, nicht für theoretische Zwecke, die auch sein könnten. Man kann immer nur so klar reden, wie es hier und jetzt notwendig ist. Sonst wird die Klarheit selbst zweckartig. Und die typische Form einer Definition ist, wenn wir von X sprechen, von Partei sprechen, von Demokratie sprechen, von Totalitarismus sprechen, dann wollen wir uns Folgendes vorstellen. Ja, ob der andere sich das vorstellen will, ist freilich eine ganz andere Frage. Es ist ja zunächst nur ein Angebot, eine bestimmte Perspektive auf die Welt einzunehmen. Und definieren verlangt somit eines Teils dem anderen eine bestimmte Betrachtungsperspektive plausibel zu machen und zum anderen die Festlegung eines Wortes oder einer Wortgruppe mit dem oder mit der der Wortgruppe nämlich der zu definierende Begriff, also ein Vorstellungsinhalt, ausgelöst werden soll. Man muss ein Begriffswort vereinbaren. Wie das Begriffswort heißt, ist wirklich nachrangig. Meistens zerstreiten sich die Leute auch über Wörter und kommen gar nicht auf die Idee, erst einmal die Betrachtungsperspektiven zu diskutieren, die lediglich kurzschriftartig auf ein bestimmtes Wort gebracht wird. Typischerweise ist dieser Teil des Definierens in folgendem intellektuellen Vorgang vorliegend. Diesen Vorstellungsinhalt, über den man sich davor verständigt hat, diesen Vorstellungsinhalt wollen wir immer dann benutzen, wenn wir von X sprechen, von Demokratie, Totalitarismus, Diktatur, was auch immer. Und wer nicht engstirnig ist, wird dann gerne anfügen, statt X können wir auch gerne Y sagen. Und in der Sprache A, in der anderen Sprache, würde man in diesem Zusammenhang das Wort Z verwenden. Dann weiß ein jeder, der so seine Privatterminologien haben, was denn in seiner Privatterminologie das ungefähr bedeutet, was ein anderer in seiner eigenen Technologie mit folgendem Begriffswort bezeichnet. Und das ist eine Haltung des Liberalismus beim Definieren, ohne die man in der Wissenschaft nicht weit kommt, sondern lediglich zum, wie soll ich sagen, zum Ideologen und zum Wortpolizisten wird. Aber Wortpolizistentum hat mit Freiheit der Wissenschaft nicht das Mindeste zu tun. Dieses Definieren in zwei Schritten, Ihnen vor Augen geführt, ist offenkundig etwas ganz anderes, als anhand eines definierten Begriffes eine Aussage zu formulieren. Eine Definition hat die Form, die hier steht, unter einer Demokratie wollen wir uns Folgendes vorstellen. Eine Aussage hingegen wäre, Beispiel eins, Max Weber versteht unter Demokratie das Folgende. Und diese Aussage kann natürlich wahr oder falsch sein. Oder, das Land X besitzt eine Demokratie, diese Aussage kann wahr oder falsch sein, je nachdem, ob jene inhaltlichen Merkmale, die wir als die Intention des Begriffes Demokratie vereinbart haben, im Land X vorkommen oder nicht vorkommen. Noch einmal, Begriffe können nicht wahrheitsfähig sein, aber Aussagen, die anhand von Begriffen formuliert werden, die können sehr wohl wahrheitsfähig sein und sie haben gefälligst, wenn es sich um wissenschaftliche Aussagen handelt, auch den Anspruch zu erheben, mit den Tatsachen übereinzustimmen, also wahr zu sein. In der roten Box steht, das, was Sie festhalten sollten, Definitionen leisten nichts anderes, als dass sie Denkwerkzeug bereitlegen, nämlich das Denkwerkzeug zur geistigen Erfassung von empirischen Referentern. Definitionen leisten noch keine Aussagen über die Wirklichkeit. Bloß, weil ich Demokratie definiere, sage ich nichts darüber aus, ob irgendwo eine Demokratie besteht. Ich sage nur, ich glaube, aus den folgenden Gründen ist es sinnvoll, sich unter Demokratie das Folgende vorzustellen und jenes andere eben gerade nicht. Das alles, hoffentlich klar seiend, lassen sich nun die einzelnen Arten von Definitionen auseinander halten. Und auch klar machen, was denn gar keine Definition ist, ob schon solche Aussagegefüge mit Unterdefinitionen genannt werden. Das ist einmal die Bedeutungsanalyse. Hier wird geklärt, welche Bedeutung in einer Diskursgemeinschaft mit einem Wort verbunden wird. Dann kann man analysieren, was meinen Pegida-Demonstranten, wenn sie vom Volk oder von den Volksfahrrädern sprechen. Das ist eine Bedeutungsanalyse. Hier liegt nichts anderes vor, als eine Menge von empirischen Aussagen, die stimmen können oder nicht stimmen können und die man so zu formulieren hat, dass sie tatsächlich stimmen. Die eigentlichen Definitionen kommen jetzt. Es gibt explizite Definitionen, da werden Intention und Extension eines Begriffes vollständig und ausdrücklich erläutert und es wird auch noch ein klares Begriffswort festgelegt. Das wünscht man sich meistens. Aber für viele praktische Zwecke muss man so seitenfüllend und minutenausfüllend gar nicht sein. Es reichen für viele praktische Zwecke implizite Definitionen. Man verwendet ein Begriffswort, das hoffentlich allgemein bekannt ist und ausgehend von diesem Begriffswort wie Demokratie oder Diktatur gibt man Hinweise darauf, was sich der andere doch bitte nach Intention und Extension unter Diktatur oder Demokratie vorstellen soll, wenn er ungefähr das Gleiche im Sinn haben will, wie ich als jener im Sinn habe, der dieses Wort in unser Gespräch einführt. Damit kommt man für die meisten praktischen Zwecke zurecht. Und wer nicht implizite Definitionen auch sozusagen in einer wohlmeinenden Haltung des Verstehen Wollens akzeptiert im wissenschaftlichen Diskurs, der wird schnell lästig. Er stört das Gespräch. Er wird ein hundertprozentiger. Er wird ein Pfennigfuchser. Tja, so kann man schon sein, aber dass man sich damit Freunde macht, muss man nicht erwarten. Dann gibt es schon etwas, was problematisch ist, das sind die partiellen Definitionen. Hier werden Intention und Extension von Begriffen unvollständig mitgeteilt, sodass der andere nicht recht weiß, was sich der eine unter einem Begriff tatsächlich vorstellt. Und dann gibt es die Mercedes-Variation, die Deluxe-Version von Definitionen, die man in der empirischen Forschung sehr häufig braucht, das sind die operationalen Definitionen. Hier wird explizit gezeigt, wie man von einem abstrakten theoretischen Begriff die Abstraktionsleiter herunterklettert, zu Begriffen, die etwas angeben, was man ziemlich unmittelbar, was immer das heißen will, beobachten kann. Dazu gleich mehr. Davor schauen wir uns aber noch etwas an, was immer wieder eine Realdefinition genannt wird, was aber gar keine Definition ist, sondern eine empirische Aussage. Eine vergleichsweise unproblematische Realdefinition ist, wenn man in der äußeren Form einer Definition eigentlich eine empirische Aussage formuliert. Also sagt, ein Parlament ist, eine Partei ist, dann beschreibt man halt einfach, wie normalerweise Parlamente aussehen, wie normalerweise Parteien aussehen. Das ist eine empirische Aussage, aus der man nun wiederum mit eigentlichem guten Willen den gemeinten Sinn des Begriffs Parlament und Partei verstehen kann. Und das reicht für die meisten praktischen Diskurszwecke. Es sind empirische Aussagen, mit denen parallel sozusagen versucht wird, eine Begriffsdefinition zwar nicht zu liefern, aber doch plausibel zu machen. Mit gutem wechselseitigen Willen kann man mit Realdefinitionen ziemlich brauchbar agieren. Problematisch wird es aber, wenn man so dem Ideenmodell der Erkenntnis aufsitzt oder gar substantialistischen Wahrheitstheorien, die ich hier nicht behandelt habe, und wenn man versucht, durch eine Definition sozusagen das Wesen eines Dinges klarzulegen. Demokratie ist letztendlich. Gerechtigkeit ist letztendlich. Gott ist letztendlich. Im Gewand einer Definition versucht man zu sagen, wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Man lässt also die zwei zu trennenden Dinge ineinander fallen. Die Bereitlegung vom Begriffswerkzeug, über dessen Perspektivität und Selektivität und auch Normativität man diskutieren könnte, und eine anhand von Begriffswerkzeug getroffene Aussage, die Wirklichkeit, die man auf einen logischen und empirischen Wahrheitsgehalt überprüfen muss, das aber nur dann kann, wenn man zuvor einen präzisen Begriff mitgeteilt oder mitgeteilt bekommen hat. Der größte Teil der unnötigen Begriffsstreitigkeiten kommt deswegen zustande, weil man solche Realdefinitionen schlimmer, schwieriger, unmöglicher Art als ernsthafte Debattenthemen behandelt. Also, Realdefinitionen sind keine tauglichen Definitionen, sie sind im besten Fall unproblematische Aussagen. Die Wirklichkeit, Bedeutungsanalysen sind keine Definitionen, Definitionen sind das in der Mitte drinnen, das in der roten Klammer, mit der roten Klammer angegebenen, das nennt sich Nominaldefinitionen, es wird einfach geklärt, wie man einen Nomen, einen Namen für ein Phänomen, einen Begriff für ein Phänomen zu verwendern, vorschlägt und dann gibt es die operationalen Definitionen und operationale Definitionen zu machen, das ist tatsächlich das Kerngeschäft von theoriegeleiteter empirischer Forschung und empirische Forschung, die nicht theoriegeleitet ist, ist nichts anderes als Faktenhuberei und Fliegenbeinzählerei, die zu nicht sonderlich Interessanten führen kann. So, folglich müssen wir uns jetzt damit befassen, was denn bei einer operationalen Definition geschieht, aber was Sie vielfach in Ihrem Studium, in Ihren Arbeiten und Vorträgen zu leisten haben werden. Wir betrachten also den Weg zwischen theoretischen Begriffen und Beobachtungsbegriffen. Da draußen ist mein empirischer Referent etwas in der Wirklichkeit, worüber ich Aussagen treffen will, sagen wir mal, weil es mein Job als Parlamentarismus-Analytiker ist, ich will etwas über das Verhalten von Abgeordneten bei ihrer Wahlkreisarbeit aussagen. Ich will das Verhalten beschreiben und verstehen und erklären und prognostizieren und eines Tages vielleicht auch noch bewerten. So, wie erfasse ich jetzt dieses Verhalten von Abgeordneten bei der Wahlkreisarbeit? Weil ich bei meinem Studium gut aufgepasst habe, weiß ich, dass Abgeordnete zum Zweck der Repräsentation in die Welt gesetzt sind und dass ein wesentliches Element von Repräsentation in der Responsivität besteht, dass sich also Repräsentanten einlassen auf das, was die von ihnen zu Repräsentierenden wünschen, wollen und tun und brauchen. Und folglich komme ich auf die glorreiche Idee, dass einer meiner forschungsleitenden Begriffe für die Analyse des Wahlkreisverhaltens von Abgeordneten der Begriff der Responsivität zu sein hätte. Schön, Responsivität meint die Anregbarkeit eines Systems, die Bereitschaft eines Systems, Anregungen, Wünsche und so weiter aufzunehmen, zu verarbeiten und in eigenes Handeln umzusetzen. Das habe ich dem Lehrbuch entnommen. Aber wie beobachte ich nun, was am Verhalten von Abgeordneten in der Betrachtungsperspektive der Responsivität, die eingebettet ist in die Frage, wie funktioniert Repräsentation in der Praxis? Naja, der Weg schaut wie folgt aus. Einen rein theoretischen Begriff wie Responsivität eines Abgeordneten, unter dem man konkret noch nicht sieht, aber sich überlegen kann, was ist damit gemeint und vier Komponenten sind damit gemeint. Diesen theoretischen Begriff übersetzt man in teilweise empirisch interpretierbare, teilweise unmittelbaren einem empirischen Referenten wahrnehmbare Begriffe. Zum Beispiel, anhand des Begriffs der Politikresponsivität mache ich die Sache schon anschaulich. Ein Abgeordneter ist dann responsiv, wenn er sich auf politische Wünsche und Vorschläge der Repräsentierten einlässt. Also nicht alles wegbügel und sagt, ihr seid total blemblem und pack und so weiter. Okay, damit sehe ich immer noch nicht, wie ich genau zur Wirklichkeit käme. Diese teilweise empirisch interpretierbaren Begriffe müssen nun umgesetzt werden in Begriffe, die etwas bezeichnen, was man konkret sehen kann. Und was wäre das? Naja, geht der Abgeordnete auf an ihn herangetragene politische Positionen ein? Lässt er sich in Gespräche ein? Hört er zu? Gibt er zu erkennen, dass er versteht, was ihm gesagt worden ist? Argumentiert er dazu? Sagt er, nö, ich verstehe schon, was du willst, aber das ist aus folgenden Gründen falsch? Oder sagt er, ja genau, ich verstehe, was du willst und das ist richtig? Oder sagt er, ich weiß zwar nicht, ob es richtig ist, aber ich werde mich darum bemühen, das herauszufinden? Das wäre eingehen auf herangetragene politische Positionen und somit hätten wir etwas Konkretes, was wir beobachten könnten. Was treibt der Abgeordnete, wenn er mit Bürgern ins Gespräch kommt? Und dann sind wir natürlich fleißige Theoretiker und wissen, wo steht hier? Ja gut, dass es keine theoriefreien Begriffe gibt, keine Beobachtungen ohne Perspektive, haben wir längst gesehen und natürlich ist beim Herangehen auf, beim Positionen, eine bestimmte Theorieperspektive dabei, nämlich die der Repräsentationstheorie unter Abteilung Responsivitätsanalyse. So, und weil wir fleißig sind und die Literatur gelesen haben, wissen wir, es gibt nicht nur Politikresponsivität, sondern auch Serviceresponsivität, das heißt, die Abgeordneten erbringen Dienstleistungen für Bürger, schwuppdiwupp, sehen wir schon wieder, was sie machen. In den Sprechstunden nehmen sie Sorgen entgegen, ich habe keine Wohnung, die Renten, mein Rentenbescheid scheint fehlerhaft zu sein und keiner kümmert sich um mich und dann sagt der Abgeordnete, ja, ich rufe dort einmal an und wir wissen dann auch, es gibt Allokationsresponsivität, das heißt, der Abgeordnete bemüht sich, öffentliche Finanzmittel in seinen Wahlkreis an den dortigen Kommunen hin zu befördern. Was liegt hier vor? In diesem Beispiel, wo wir einen theoretischen Begriff, Responsivität von Abgeordneten, in zwei Schritten übersetzen, in Dinge, die in der Wirklichkeit unmittelbar fassbar sind. Was liegt hier vor? Naja, eine Kette von Definitionen. Ich muss definieren, was Responsivität ist, ich muss definieren, was Politikresponsivität ist, ich muss definieren, was ich mir unter Eingehen auf herangetragene politische Positionen vorstellen soll. Jeder dieser Begriffe einer operationalen Definition muss seinerseits klar gemacht werden, weil man ansonsten ja gar nicht weiß, wovon man spricht, wenn man abstrakt über Dinge spricht, deren konkrete Wirkungsweisen man gar nicht transparent gemacht hat. Und seine operationale Definition kann man von links nach rechts lesen und umgekehrt. Liest man sie oder erstellt man sie von links nach rechts, dann liegt eine Operationalisierungskette vor, die Operationalisierung eines theoretischen Begriffes hin zu Dingen, die man beobachten und durch die üblichen empirischen Erhebungsinstrumente abgreifen kann. Durch Beobachtungsschemata, inhaltsanalytische Schemata, Fragebögen und was auch immer es da sonst noch gibt. Und wenn man von rechts nach links sich abarbeitet, dann geht man von den Phänomenen aus. Man schaut auf die Phänomene und überlegt sich, was sehe ich denn an ihnen? Da leistet man in einer Ausdrucksweise das, was ich vorhin schon eingeführt habe, nämlich dimensionale Analyse. Man versucht zu erkunden, was sind denn die einzelnen Dimensionen dessen, was Abgeordnete im Wahlkreis tun, wenn sie mit den Wahlkreisbürgern interagieren. In einer komplexeren Betrachtungsweise würde man sehen, dass der Weg von rechts nach links in dem besteht, was sich Grounded Theory Building nennt, nämlich gegenstandsbegründete Theoriebildung. Theoriebildung, die nicht deduktiv von abstrakten Konzepten zur Wirklichkeit geht, sondern die induktiv von einer Phänomenologie des Fassbaren hin zu einer möglichst abstrakten Theoriebildung geht. Und wir brauchen hier noch einen weiteren Begriff, den wir intuitiv schon an anderen Stellen eingeführt haben, das ist der Begriff der Validität. Valide ist eine Beobachtung oder eine Messung genau dann, wenn exakt der empirische Referent eines abstrakten theoretischen Begriffes beobachtet oder gemessen wird. Es müssen operationale Definitionen valide sein, also dazu führen, dass genau das betrachtet wird, was der theoretische Begriff an der Wirklichkeit einen wahrzunehmen und zu erfassen und zu dokumentieren anhält. Fragen zu operationalen Definitionen. Fragen überhaupt zum Definieren. Fragen überhaupt zu dem, was allgemein ein Begriff ist, bevor wir auf einzelne Klassen von Begriffen eingehen. Dann nehme ich mal das Schweigen für das intuitive Gefühl, das Wesentliche verstanden zu haben. Ich rate aber jedem dringend, dieses intuitive Gefühl durch Nachdenken im Wortsinne zu überprüfen. Eines Tages holt es Sie ein, wenn Sie das nicht verstanden haben. So, Arten von Begriffen. Die eine Unterscheidung ist evident. Beobachtungsbegriffe versus theoretische Begriffe. Schlag, das kann man beobachten. Gewalt ist schon was abstrakteres. Gewalt kann auch ohne Schläge ausgeübt werden. Und die Herausforderung, die durch diese Unterscheidung gestellt wird, ist, wir müssen uns um valide Operationalisierungen bemühen. Und die Methodenlehre ist voll von Hinweisen darauf, wie man das macht und wie man die Validität einer Operationalisierung überprüft. Schon wesentlich komplizierter sind die sogenannten Dispositionsbegriffe, die leider Gottes verdammt wichtig sind, weil die soziale Wirklichkeit aus vielen Dingen besteht, die zwar sein können oder vorkommen können, aber noch gar nicht sind, aber in Rechnung gestellt werden müssen. Gefährlichkeit ist so ein Begriff. Die Gefährlichkeit eines politischen Gegners oder Freundes oder einer politischen Handlung, einer politischen Bewegung. Die Zerbrechlichkeit der Stabilität eines Staates oder im Alltag eines Gefäßes. Etwas ist zerbrechlich auch dann, wenn es noch nicht zerbrochen ist. Aber wie kriege ich heraus, ob es zerbrechlich ist, bevor ich es zerbrochen habe? Wie kriege ich heraus, dass eine bestimmte politische Bewegung gefährlich ist, obwohl sie bislang noch keine Gefahr darstellt? Oder wie kriege ich heraus, dass weder Zerbrechlichkeit noch Gefährlichkeit gegeben ist, obwohl es Gründe gibt, das zu befürchten? Also, Sie sehen schon an diesen Beispielen, an dieser kurzen Einführung, dass Dispositionsbegriffe sehr komplex sind und dass Dispositionsbegriffe extrem theoriehaltig sind. Sie brauchen ziemlich komplexe, valide Operationalisierungen und über all diese Details hier zu sprechen, fehlt die Zeit. Wichtiger für unseren Zweck ist die Unterscheidung von qualitativen und von quantitativen Begriffen. Als ich Ihnen eine kurze Einführung in die Statistik gegeben habe, beziehungsweise einen knappen Überblick über die einzelnen Modelle der Statistik, waren wir an dieser Stelle schon. Und wir müssen das jetzt vertiefen, denn nur dann können Sie die Statistik gut in Ihren intellektuellen Methodenhaushalt integrieren. Intuitiv leuchtet einem jeden ein, dass Musikalität etwas anderes ist, als die Note, die ein Geiger beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert, für sein Abspiel irgendeines Geigenstückes bekommt. Das eine ist eine quantitative Bewertung zwischen 1 und 6 oder wie immer das Schema ist. Das andere ist die Musikalität. Jemand ist musikalisch oder nicht musikalischer oder weniger. Das ist was Verschiedenes. Aber worin besteht die Verschiedenheit und wie gehen wir forschen mit solchen Verschiedenheiten um? Die nächste Folie ist ein Stück weit eine Wiederholung dessen, was wir schon besprochen haben. Ich hoffe, dass es jetzt Klick macht und dass Sie sagen, naja, habe ich längst verstanden, wie langweilig. Oder dass Sie sagen, naja, jetzt endlich verstehe ich es. Das war mir das letzte Mal noch rätselhaft. Aber selbst wenn es Ihnen vorkommen sollte, das habe ich ja noch nie gehört und noch nie begriffen. Jetzt höre ich aber davon und begreife es auch, dann wäre das auch ganz in Ordnung. Also, bleiben Sie intellektuell dran. Wir unterscheiden mindestens drei Sorten, eigentlich vier Sorten von Begriffen und wir fangen mit den einfachsten an. Das sind die sogenannten klassifikatorischen Begriffe. Sie ordnen einen Gegenstandsbereich so, dass Wirklichkeitselemente gemäß ihren inhaltlichen Merkmalen, also gemäß ihrer Intention, in verschiedene Klassen gruppiert werden. Naja. Gegenstandsbereich Familie, Vater, Mutter, Kind. Gegenstandsbereich Bäume, Eiche, Buche, Linde. Gegenstandsbereich Instrumente, Violine, Oboe, Cembalo. Klar, eine Gruppe von Wirklichkeitselementen, plausiblerweise so gruppiert und da gibt es für die einzelnen Teile eben sie klassifizierende Worte. Was soll darin schon spannend sein? Ehrlich gesagt überhaupt nichts. Die nächste Begriffsorte sind die komparativen Begriffe. Die leisten natürlich alles, was klassifikatorische Begriffe leisten, aber sie leisten mehr. Sie ordnen Wirklichkeitsmerkmale in einer von Beobachter festgelegten Dimension nach mehr oder weniger. Schön, schöner am schönsten. Gefreiter, unoffiziell, Leutnant, sonst was. Hiwi-Assistent, Professor. Ein Wirklichkeitsbereich, der einen aus welchen Gründen auch immer interessiert, wird nach mehr oder weniger geordnet. Ist da was schwer dran? Nein, jeder kann das. Wir haben die metrischen Begriffe, die leisten alles, was komparative Begriffe auch leisten und zusätzlich erlauben sie es, das mehr oder weniger anhand von Maßzahlen auszudrücken, die von irgendwelchen Leuten inzwischen geschaffen sind, um Dinge, die man nach mehr oder weniger lange schon ordnen kann, jetzt auch noch mit einer Metrik zu versehen. Ja, dann hat man Alpha Meter, Beta Kilogramm und am Schluss die Zuwachsrate Zeta im Bruttosozialprodukt oder im Netto-Reproduktionskoeffizienten oder in sonstigen schönen Maßzahlen. Im Alltag verwenden wir immer schon klassifikatorische und komparative Begriffe und dort, wo uns Metriken vertraut sind, wie Geldwerte, Längenmaße, Temperaturangaben, verwenden wir auch metrische Begriffe. Klassifikatorische und komparative Begriffe nennt man qualitative Begriffe, dem metrisch natürlich quantitative Begriffe. Welche soll man verwendern? Es drückt einem der Gegenstand schon auf, welche Begriffe man verwenden muss. Ohne klassifikatorische wird man selten auskommen, um ehrlich zu sein, niemals auskommen. Komparative wird man sehr häufig brauchen und wenn man auch noch eine Metrik hat, um ein mehr oder weniger auszudrücken, dann wäre man ganz schön bescheuert, seine Metrik nicht zu benutzen. Vielerlei Forschungsarbeit geht ja genau dahin, Metrik dort zu entwickeln, wo es noch keine gibt. Und jetzt Achtung, das ist die Stelle, wo viele Leute in den intellektuellen Straßengraben geraten. Ob ich einen Begriff verwende oder eine Ziffer verwende, das ist genauso relevant, wie wenn ich den frisch geborenen Sohnemann als Peter oder als Paul bezeichne. Natürlich, wenn ich ihn als Kevin bezeichne, könnte das einige Folgeerscheinungen haben. Folglich ist es nicht ganz nebensächlich, welche Begriffe man verwendet. Ein paar Gedanken sollte man sich machen, aber die Begriffe selbst sind im Grunde unschuldig. Es kann auch kein Kevin etwas dafür, dass er Kevin heißt und das muss ja auch gar keine Sozialprognose sein. Die Aussage lautet also, man kann statt Begriffen zu verwenden auch Ziffern verwendern und es muss nicht immer ein Kevin-Effekt sich dabei einstellen. Wenn das begriffen ist, als er keine beim Messen mehr gleich an den Kevin-Effekt denkt, dann können Sie jetzt abschließend begreifen, warum es beim Messen und bei Messniveaus geht. Messen heißt nämlich nichts anderes, als Wirklichkeitsmerkmalen Zahlen zuzuordnen. Normalerweise im Alltag reden wir über Wirklichkeit anhand von Worten und statt Worten kann ich auch Ziffern verwendern. Und schwieriger ist es gar nicht. Die Ziffern, die ich verwende, mit denen muss man aber aufpassen. Wer naiv ist, der glaubt, dass Ziffern so die Fähigkeit in sich tragen, dass man mit ihnen rechnen kann, dass 1 plus 3 immer 4 ist. Aber das geht nur, wenn hinter den Ziffern wirklich Zählen steht. Wenn Ziffern nichts anderes ausdrücken, als dass Dinge verschieden sind, kann man natürlich mit ihnen nicht in der üblichen Weise rechnen. Das heißt, man muss sich schon klar machen, welchen Informationsgehalt Ziffern transportieren. Denn davon hängt ab, welche Rechenoperationen man mit Ziffern ausführen darf, obwohl man mit Ziffern im Grunde alles machen kann. Und an dieser Stelle sind eben die vier Messniveaus einzuführen. Wenn ich Ziffern auf dem Messniveau der Nominalskala zuordne, dann tue ich nichts anderes, als dass ich statt Dingen wie Vater, Mutter, Kind und Wauwau die Ziffern 1, 2, 3, 4 oder 87, 327, 12398 und 0,48 verwende. Die Ziffern drücken nur die Verschiedenheit von Wirklichkeitsdingen aus. Etwa bei Fragebögen Variable, Geschlecht eins männlich, zwei weiblich, drei sonst was oder wie auch immer. Es kann sein, dass man Ziffern dazu verwendet, ihre, ihnen eingeschriebene Information über Größe oder Kleiner zum Ausdrücken von mehr oder weniger zu verwendern. Also, ich habe die Variable politische Aktivitätsgrad und der kann sich erstrecken zwischen einem, der überhaupt nichts Politisches tut und einem, der Tag und Nacht politisch unterwegs ist, etwa weil er Bundeskanzler ist. Und dann kann ich natürlich den einzelnen Abstufungen, statt lange Ausdrücke dafür zu verwenden, auch Ziffern zuordnen. Der hat eine politische Aktivität von 1, der hat eine von 3, der hat eine von 326 oder von 10, je nachdem wie weit meine Ziffern, die ich dafür verwende, reichen. Sowas nennt sich Messen auf dem Niveau der Rangskala. Ziffern drücken also Rangordnungen aus, aber eben nicht mehr. Das dritte Messniveau ist das der Intervallskala, wo man Ziffern so zuordnet, dass die Ziffernwerte auch noch Abstände in der Rangordnung der Fälle ausdrücken. Zum Beispiel, ich bitte jemanden, sich politisch einzuordnen auf einer Skala, die ich ihm auch vor die Nase halte. Eins ist ganz links, elf ist ganz rechts und sage ihm, kreuz an, wo du politisch stehst. Und die Hoffnung ist, dass durch das Vorgehen einer gleich aus in den Skalern alle befragten, für den Einzelnen es sich so anfühlt, dass der Abstand zwischen 1 und 2 genauso groß ist wie der Abstand zwischen 2 und 3, genauso groß wie der Abstand zwischen 3 und 4 und so weiter. Dann kann man die Ziffern 1, 2, 3, 4 auch als Informationen über Abstände verwendern. Sowas nennt sich Messen auf dem Niveau der Intervallskala. Und das letzte Messniveau ist das Messniveau der Verhältnisskala oder nach dem englischen Begriff der Ratioskala, wo die Ziffern auch in der Zuordnung zu wirklichen Erscheinungen genau das ausdrücken, was sie als Ziffern ausdrücken, nämlich auch noch Proportionen. Wenn ich die Dienstzeit eines Menschen angebe und der eine war zwei Jahre lang im Amt, der nächste vier Jahre lang, der nächste acht Jahre lang, dann sage ich, naja, wer vier Jahre lang im Amt war, war doppelt so lang im Amt wie einer, der zwei Jahre im Amt war. Und wer acht Jahre im Amt war, war doppelt so lang im Amt und so weiter. Und offenkundig kann man dann mit solchen Ziffern sämtliche Rechenoperationen ausführen, die man mit Ziffern ausführen kann, während man mit den anderen Ziffern jeweils nur solche Rechenoperationen machen kann, die nicht mehr Information den Ziffern abquetschen, als tatsächlich bei der Zuordnung von Ziffer und Wirklichkeit an Bedeutung in die Ziffer hineingelegt worden ist. Drückt die Ziffer nur die Unterschiedlichkeit aus, drückt die Ziffer Rangordnungen aus, drückt die Ziffer Abstände aus oder drückt die Ziffer Proportionen aus. Der Leitgedanke hier ist, dass wir die Wirklichkeit also auch anhand von Ziffern sprechen können. Und wenn man der Wirklichkeit statt Wörtern Ziffern zuordnet, dann nennt sich das Ganze Messen. Klassifikatorische Begriffe kann ich messen, komparative Begriffe kann ich messen, metrische Begriffe auch. Und je nachdem, ob ich klassifikatorischen Begriffen Ziffern zuweise, dann messe ich auf dem Niveau der Nominalskala. Wenn ich komparativen Begriffen Zahlen zuordne, dann messe ich entweder auf dem Niveau der Rangskala oder auf dem Niveau der Intervallskala. Und wenn ich metrische Begriffe verwende, dann ist ohnehin schon eine Metrik auf dem Niveau der Verhältnisskala da. Die kann dann freilich auch logarithmisch sein, je nachdem, wie man genau die Messoperationen ausführt. Und dann kann man sämtliche Zahlenwerte wie ganz normale Zahlenwerte verwenden. Das Wesentliche, was man sich klar machen muss, ist, dass die Menge der zulässigen Rechenoperationen davon abhängt, welchen Informationsgehalt die Begriffe haben, also auf welchem Messniveau die Ziffern den Wirklichkeitselementen zugeordnet werden. Die gute Nachricht für alle, die Freude am statistischen analysieren haben, lautet, für sämtliche Messniveaus gibt es jede Menge von statistischen Modellen. Sie können auch mit klassifikatorischen Begriffen gemessen auf dem Niveau der Nominalskala wunderbare Statistik machen, für komparative Begriffe auch und für metrische sowieso. So, das wäre das, was über Messen auszuführen gewesen wäre. Was brauchen wir noch? Außer der Einsicht, dass Statistik immer möglich ist. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Betrachtung des Begriffs der Variablen. Dass Variablen Begriffe sind, habe ich Ihnen schon in der letzten Stunde gezeigt, als ich Ihnen vorgeführt habe, wie man eine forschungsleitende Theorie anständig gliedert nach abhängigen, unabhängigen, intervenierenden und Hintergrundvariablen. Jetzt wäre es aber an der Zeit, den Begriff der Variable sich präziser vor Augen zu führen. Variablen sind nichts anderes als Oberbegriffe. Und die Intention von Variablen ist immer so ausgestaltet, dass es in einer einheitlichen Theorieperspektive darum geht, Gruppen von Wirklichkeitselementen, die in dieser Theorieperspektive als zusammengehörig aufgefasst werden, dass man diese Gruppen von Wirklichkeitselementen sowohl unterscheidet, als auch als zusammengehörig und wechselseitig aufeinanderbezogen ausdrückt. Das ist die schöne abstrakte Beschreibungsweise. Jetzt wollen wir uns das Ganze an konkreten Beispielen vorstellen. Aus irgendeinem Grund interessiere ich mich für das Wirklichkeitsmerkmal Sport und die Leute, die Sport betreiben, habe also die Variable Sportler und die zerfallen dann für meine praktischen Zwecke in die Leichtathleten, die Skiläufer, die Gewichtheber und was es ihm sonst noch gibt. Oder ich habe die Variable Dienstgrad, da gibt es dann die Gefreiten, die Unteroffiziere, die Leutnante, die Majore und weiß der Teufel was. Oder mich interessiert, wie viele Sozialwissenschaftler die Variable einkommen und die zerfällt dann in Werte wie 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro oder in alle Zwischenabstufungen. Weil Variablen also Begriffe sind, nämlich präzise gesagt Oberbegriffe, sind die Variablen exakt so zu gliedern wie alle Begriffe. Theoretische und Beobachtungsvariablen, also alles was wir bei Begriffen besprochen haben, gilt für Variablen auch. Insbesondere gilt für sie, dass es klassifikatorische Variablen, komparative Variablen und metrische Variablen gibt, die man eben auf unterschiedlichen Messniveaus misst. Und weil es so ist, dass man jedem Wirklichkeitselement Ziffern zuordnen kann, eben entweder auf dem Niveau der Nominalskala, der Rangskala oder von metrischen Skalen, kann man alles in der Wirklichkeit messen. Und für alles in der Wirklichkeit mit Statistik anfangen, Informationen zu verdichten. Jetzt brauchen wir noch einige Unterschiede. Der eine Unterschied ist der zwischen diskreten Variablen und stetigen Variablen. Da geht es im Wesentlichen um das Erlernen von Fachsprache, weil die ganze Statistik mit diesen Begriffen operiert. Diskrete Variablen sind solche, die bloß bestimmte Werte annehmen können. Beim Geschlecht war lange Zeit die Selbstverständlichkeit, dass diese Variable zwei Werte annehmen kann. Und sowas nennt sich eine dichotome Variable. Eine Familienrolle ist lange Zeit so fest, so aufgefasst worden, dass es Väter, Mütter und Kinder gibt. Und das ist dann, weil es drei Werte gibt, eine trichotome Variable. Bei Parteien gibt es natürlich mehrere, sowas nennen sich eine polythome Variable mit verschiedenen Ausprägungen und das alles ist ziemlich trivial. Stetige Variablen sind solche, die einen bestimmten Wertebereich haben, wie Einkommen zwischen Null und endlos viel. Und die innerhalb dieses Wertebereiches jeden beliebigen vom Maßsystem im abbildbaren Wert annehmen können. Dienst, Alter, Einkommen, Wähleranteil. Tja, und wofür muss man das wissen? Naja, das ist wichtig für die statistische Aufbereitung von Daten. Gruppiere ich diskrete Variablen? In welche Gruppen gruppiere ich die stetigen Variablen? Welche Informationen bringe ich durch Gruppierung manipulativ zum Beschwinden? Welche nicht? Da sind Entscheidungen zu treffen, die ab und zu folgenreich für die Ergebnisse sind. Weniger trivial und insbesondere für den Prozess der Operationalisierungen, für den Prozess von validern Operationalisierungsketten wichtig ist der Unterschied zwischen Manifesten und zwischen latenten Variablen. Und der ist nun von so großer Bedeutung, dass ich Sie auffordern muss, Ihre intellektuellen Potenziale noch einmal zusammenzubringen, denn das gilt es wirklich zu verstehen. Manifeste Variable sind solche, wo die variablen Werte unmittelbar Beobachtungsbegriffe sind, wo man die Werte, die die Variable annehmen kann, unmittelbar wahrnehmen kann. Was immer unmittelbar wahrnehmen, präzise heißt, dazu später mehr. Zum Beispiel das, was die variable Wohnungsausstattung meint, das kann man bei einem Gang durch eine Wohnung unmittelbar wahrnehmen. Die variable Gehalt können Sie auch, zumindest auf Ihrem eigenen Gehaltszettel, unmittelbar wahrnehmen. Und das Finanzamt kann das auch. Getränkekonsum kann man theoretisch auch unmittelbar wahrnehmen. Latente Variablen sind hingegen solche theoretischen Oberbegriffe, deren Unterbegriffe, also deren variablen Ausprägungen, erst über Operationalisierungsketten auf Beobachtungsbegriffe bezogen werden müssen. Es sind also Dinge, die man nicht unmittelbar sehen kann. Ich kann die Religiosität eines Menschen, seine Vaterlandsliebe, seine Gewaltbereitschaft nicht unmittelbar sehen. Ich muss mir überlegen, was müsste ich denn sehen können, um daraus valide zu schließen, dass jemand gewaltbereit, religiös oder patriotisch ist. Das heißt, ich muss einen solchen Begriff in Beobachtungsbegriffe übersetzen, so wie ich es vorhin bei dem Beispiel mit der Responsivität von Abgeordneten vor Augen geführt habe. Und wenn das verstanden worden ist, dann können Sie jetzt auch noch einige Anschlussbegriffe, die für das Verstehen sozialwissenschaftlicher Methodologie wichtig sind, gut begreifen. Anschlussbegriff Nummer eins ist der Begriff des Indikators. Ein Indikator ist ein Anzeiger. Der Anzeiger führt den Wert einer latenten Variablen. Ein Indikator ist also eine manifeste Variable, auf die man eine latente Variable operationalisiert und die Daten erhebt man anhand des Indikators, also einer manifesten Variablen, die ihrerseits ein Stellvertreter für dasjenige ist, was man nicht unmittelbar beobachten kann, nämlich die latente Variable. Beispiel, in irgendeiner Studie ist wichtig, ausfindig zu machen, wie religiös Menschen sind. Und die Frage lautet, wie kriege ich raus, wie religiös jemand ist? Ja, ich könnte sagen, den befrage ich einfach, wie religiös bist du? Null überhaupt nicht, zehn vollständig, geht vielleicht. Aber valider ist es womöglich, die Ausübung religiöser Praxen zu erheben. Wie häufig wird gebetet? Macht er als guter Muslim das fünfmal am Tag? Oder als guter Christmensch auch mehrfach? Oder geht er einmal pro Woche zur Moschee, zur Synagoge oder zur Kirche oder seltener? Also diese beobachtbaren und dann auch leicht abfragbaren Dinge, die sind die Indikatoren für das, was einen eigentlich interessiert. Und der Anschlussbegriff von Indikator heißt Index. Ein Index ist eine Variable, das heißt ein Begriff, ein Oberbegriff, ein Index ist eine Variable, die aus mehreren quantitativen Indikatoren zusammengesetzt ist. Meistens durch Addition der Werte der Indikatoren, ab und zu auch durch Multiplikation oder es werden erste einzelne Indikatorbestandteile in sich gewichtet. Wie auch immer, der Index ist eine aus verschiedenen Indikatoren zusammengesetzte Variable, die nun ihrerseits als Stellvertreter für eine nicht beobachtbare latente Variable dient. Auf Fachchinesisch, ein Index ist ein Proxy oder besteht aus Proxys, nämlich aus Indikatoren für Dinge, die man nicht unmittelbar sehen kann. Jeder kennt den Index der Lebenshaltungskosten, anhand dessen Preissteigerungen und Veränderungen in den Lebenschancen gemessen werden. Wer sich in der Politikwissenschaft ein wenig auskennt, kennt den Bertelsmann-Transformationsindex, also wie weit ist ein politisches System auf dem Weg zu einer Demokratie gedienen. Und der Abschlussbegriff ist der, der schon mehrfach eingeführt worden ist, nämlich der Begriff der Validität. Valide ist ein Indikator dann, Valide ist ein Index genau dann, wenn er, der Indikator oder der Index tatsächlich den empirischen Referenten, der eigentlich interessierenden latenten Variable erfasst. Wenn das der Fall ist, ist es valide. Anschlussfrage lautet ja, wie kriege ich denn raus, ob das wirklich erfasst wird, was ich erfassen will. Dafür gibt es eine Reihe von Überprüfungsverfahren, Überprüfung über Außenkriterien, Konstruktvalidität, Expertenvalidierung und so weiter, die allesamt in den entsprechenden anderen Teilen dieser Methodenvorlesung gelehrt werden. Und damit meine ich, Ihnen ordnungsgemäß alles Wesentliche über sozialwissenschaftliche Begriffslehre auf elementarem Niveau vermittelt zu haben. Bevor wir in die Aussagenlehre weitergehen, meine Frage an Sie, was gibt es zur Begriffslehre nachzufragen? Wenn das nichts ist, rettet Sie jetzt nichts auf der Welt vor dem Beginn des Durchgangs durch die Aussagenlehre. Und wenn Sie das geschafft haben, droht immer noch die Theorielehre. Aussagen. Aussagen entstehen dadurch, dass man Begriffe miteinander verknüpft und dadurch Behauptungen über die Beschaffenheit von Dingen aller möglichen Art aufstellt. Und wir haben in der letzten Stunde fünf Sorte von Aussagen unterschieden. Beschreibungen, wenn-dann-Aussagen, Erklärungen, Prognosen, Werturteile und Handlungsanweisungen. Wobei die einfacheren Aussagenklassen die Beschreibungen, die wenn-dann-Aussagen und Erklärungen sind und lediglich auf die will ich mich im Folgenden beziehen. Natürlich werden Aussagen geprägt durch die Eigenart jener Begriffe, die in den Aussagen verknüpft werden. Die ganze Perspektivität von Begriffen schlägt sich natürlich in der Perspektivität von Aussagen nieder. Wie könnte es auch anders sein? Und natürlich können Aussagen irgendetwas zwischen wahr und falsch sein. Irgendetwas zwischen empirisch wahr und empirisch falsch, die Aussage etwa Parteiführer machen keine Fehler, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit empirisch falsch. Sie können etwas sein zwischen logisch wahr und falsch. Schauen Sie mal auf diesen Satz. Parteien bestehen aus politisch interessierten Personen, also sorgen Parteien für bessere Politik, als sie ohne Parteien möglich wäre. Ist das logisch? Das wäre logisch dann, wenn es irgendwie ein Naturgesetz gäbe, dass politisch interessierte Personen bessere Politik machen können als politisch nicht interessierte Personen. Aber weder muss das so sein, noch folgt aus dem Satz, der dasteht, Parteien bestehen aus politisch interessierten Personen, dass dann mit zwingender logischer Notwendigkeit daraus folge, dass bessere Politik als ohne Parteien entstehen würde. Also das ist ein offenkundig logisch falscher Satz. Und Aussagen lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten gliedern, von denen manche besonders wichtig sind, wenn es um die wissenschaftlich wichtige Aufgabe geht, den Wahrheitsgehalt von Aussagen festzustellen. Dass es noch besondere Bereiche der Forschung, der Erkenntnistheorie gibt, die sich mit Aussagen beschäftigen, wie die Aussagenlogik, die Prädikatenlogik ist klar. Die Theoriehaltigkeit schon von Begriffen haben wir ausführlich besprochen. Das wahr oder falsch zu sein, das entscheidende Merkmal von Aussagen ist, leuchtet ein. Und das, worüber wir jetzt zu sprechen haben, ist die Verifizierbarkeit bzw. die Falsifizierbarkeit von Aussagen. Also die Frage, wann kann ich zeigen, dass eine Aussage wahr ist? Wann kann ich zeigen, dass eine Aussage falsch ist? Und was folgt daraus für das konkrete Formulieren von Aussagen? Schauen Sie, hier haben wir schon wieder verschiedene Sorten von Aussagen aufgeschrieben. Die letzte Übersicht hatte die Beschreibungen, die Wenn-Dann-Aussagen, die Erklärungen, die Prognosen, die Werturteile, die Handlungsanweisungen. Jetzt schauen wir uns andere interessante Merkmale von Aussagen an und gehen diese systematisch durch. Fangen wir an mit der Gegenüberstellung von analytischen Aussagen und von synthetischen Aussagen. Analytisch meint, dass eine Aussage gemäß dem Kategorienmodell der Erkenntnis zusammengesetzt ist. Eines Teils aus Informationen über die Welt da draußen, also über den empirischen Referenten und andern Teils aus jenen Kategorien, aus jenen Denkfiguren, Begriffen, die dem konkreten Betrachten der Wirklichkeit, dem konkreten Sammeln von Daten vorausliegen. Synthetische Aussagen sind zusammengesetzt aus Informationen und vorgängigen Begriffen. Analytische Aussagen, die bestehen nur aus sich selbst und die Folge ist gigantisch. Ich gebe Ihnen Beispiele, um Ihnen das vor Augen zu führen. Eine analytische Aussage, die nur aus sich selbst besteht, ist die binomische Formel, die hier steht. Deren Wahrheitsgehalt können Sie unschwer durch ausmultiplizieren ausfindig machen. Ein Syllogismus ist auch der Form nach einer analytischen Aussage, dass er in Wirklichkeit eine empirische Behauptung macht. Was man meistens nicht bemerkt, ist jene Untiefe, auf die ich Sie vor einigen Stunden schon aufmerksam gemacht habe. Aber als Form ist das rein analytisch. Hier sind alle Bären weiß. Das da ist ein Bär. Folglich muss dieser Bär hier weiß sein, weil hier alle Bären weiß sind. Logisch ist das richtig. Empirisch kann es freilich falsch sein. Synthetische Aussagen sind solche, die etwas über die Welt da draußen behaupten. Die BRD hat ein parlamentarisches Regierungssystem. Das kann stimmen oder nicht stimmen. Was ich erst dann rauskriege, wenn ich weiß, welche Merkmale ein System aufweisen muss, um unter den Begriff parlamentarisches Regierungssystem zu fallen. Was ist nun der offenkundige Unterschied zwischen diesen beiden Sorten von Aussagen und warum ist es wichtig, sie zu unterscheiden und unterschiedlich Hand zu haben? Analytische Aussagen formulieren logische Ableitungen innerhalb von Denksystemen. Und hier darf es zu keinen logischen Fehlern kommen. Aber ob etwas, was logisch aus den Prämissen abgeleitet ist, selber mit den Tatsachen übereinstimmt, das ist aus der Tatsache der logischen Richtigkeit einer Argumentation überhaupt nicht abzuleiten. Weil es ja kein Naturgesetz dergestalt gibt, dass die Welt da logisch aufgebaut durch logische Aussagensysteme korrekt beschrieben würde. Das freilich ist typisch für ideologische Aussagensysteme aller Art. Da werden Prämissen formuliert, aus den Prämissen wird logisch etwas abgeleitet und dann ist klar, wie die Welt beschaffen ist. Und wenn die Tatsachen anders sind, als die Theorie das logisch korrekt behauptet, wie lautet dann die richtige Antwort darauf, die richtige Feststellung? Die hat Hegel schon formuliert. Wenn eine logische Theorie mit den Tatsachen nicht übereinstimmt, Hegel, umso schlimmer für die Tatsachen. Tja, umso schlimmer für die Tatsachen. Wenn die Tatsachen aber sind, wie sie sind, kann man eigentlich nur sagen, umso schlimmer für die Leute, die eine falsche Theorie über die Tatsachen für Wirklichkeit halten und dann von den Tatsachen eins auf die Nase bekommen, um den Ausdruck von Andrea Nahles zu vermeiden. Fazit, denn Wahrheitsgehalt von analytischen Aussagen kann man allein schon durch logische Analyse feststellen und braucht also überhaupt keine empirische Forschung. Hingegen formulieren synthetische Aussagen Behauptungen über einen empirischen Referenten und folglich kann man den Wahrheitsgehalt von synthetischen Aussagen lediglich durch das Einholen und Auswerten von Informationen über ihren empirischen Referenten feststellen. Das heißt, allein durch empirische Forschung. Und die Wahrheit ist schlicht und einfach die, alles Wissen der empirischen Disziplinen ist verfügbar in Gestalt von synthetischen Aussagen. Und bloß, dass man Theorien kennenlernt und sie logisch analysiert, lernt man über die Welt noch überhaupt nichts, sondern nur darüber, wie früher oder von anderen über die Welt gedacht worden ist. So, die Anschlussstellen hier bei Syllogismus und analytischen Aussagen bei der mathematischen Modellierung von Politik muss ich nicht vertiefen. Gehen wir noch ein auf korrelative versus kausale Aussagen. Korrelative Aussagen behaupten einen empirisch fassbaren Zusammenhang zwischen zwei oder mehr Sachverhalten, sind also wenn-dann-Aussagen. Und da gibt es verschiedene Sorten. Es gibt die deterministischen wenn-dann-Aussagen, wenn A dann ganz gewiss auch B. Probabilistische sind von der Art, wenn A dann mit Alpha-Prozentwahrscheinlichkeit B. Es gibt die synchronen und die diakronen korrelativen Aussagen, wenn A dann gleichzeitig auch B. Und anders lautet die Aussage, wenn A dann mit folgender Zeitverzögerung auch B. Und in solchen Aussagen werden Merkmale der Wirklichkeit fassbar. Es gibt hinreichende und notwendige Aussagen und mit dem Verweis darauf will ich dann die heutige Stunde beschließen. Davor schauen wir uns aber noch an, was kausale Aussagen sind. Kausale Aussagen führen einer korrelativen Aussagen auch noch eine erklärende Theorie hinzu, sind also die Erklärungen. So, wir beendern die Stunde mit einem Blick auf notwendige und hinreichende Ursachen, der mit der notwendigen Brutalität Ihnen Wichtiges in die Welt beibringt. Ein hinreichender Faktor ist ein Faktor, der in jedem Fall dazu führt, dass etwas zustande kommt. Aber, hey Freunde, werdet ruhig, wir haben noch drei Minuten. Aber es ist nicht notwendig, dass dieser hinreichende Faktor überhaupt vorliegt, um ein bestimmtes Ergebnis zustande kommen zu lassen. Das sehen Sie an folgendem Beispiel. Der Maier will jemanden umbringen, sagen wir den Müller. Und damit der Maier den Müller umbringt, reicht es aus, den Müller zu erwürgen. Man kann ihn aber genauso gut erschießen oder vergiften. Alles davon ist ein hinreichender Faktor, um den anderen ums Leben zu bringen. Nichts davon ist notwendig, weil es substituiert werden kann durch etwas anderes. Ein notwendiger Faktor ist aber ein Faktor, der für das Zustandekommen eines bestimmten Ereignisses unbedingt vorliegen muss. Wobei es aber nicht ausreicht, dass dieser Faktor vorliegt. Es muss was anderes dazukommen. Beispiel, ich möchte mir so gerne eine Villa mit Blick auf den Genfer See kaufen. Dafür brauche ich das notwendige Geld. Ich unterstelle, ich besitze das Geld. Ja, aber es braucht es noch jemanden, der eine Villa mit Blick auf den Genfer See anbietet. Wenn es den nicht gibt, nutzt mir all mein Geld nicht. Sie sehen also, dass notwendige Ursachen nicht notwendigerweise etwas herbeiführen. Und umgekehrt sehen Sie, dass hinreichende Ursachen nicht notwendig sein müssen. Und beides macht einen gigantischen Unterschied aus, wenn ich einen Sachverhalt in der Wirklichkeit verstehen und erklären will. Und an dem Beispiel ein wenig kauen, machen Sie sich klar, was die Aussage meint. Man muss über die Grenzen seines alltagsdenkerischen Leistungsvermögens hinausgehen, wenn man von der Welt mehr verstehen will, als jeder ganz normale Mensch, der irgendwie ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat. Machen Sie sich also fit für wissenschaftliches Denken durch klares Bedenken der Unterschiede zwischen notwendigen und hinreichenden Ursachen. Tschüss, bis nächste Woche.